Vorne weg, das Deck ist gar nicht so teuer. Das sage ich öfter und kriege dann auf den Sack, wo dann Leute sagen, das sind voll die teuren Katten drin, die kosten 30, 40 Euro. Deshalb sage ich diesmal, meine Freunde, für ein Legacy-Deck ist das Deck hier nicht teuer. So Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Deck. Und ihr seht schon, wir reden hier von Warhammer Tesserator. Tja, mega geiles Deck. Mega, mega geiles Deck. Also gehen wir rein und starten wir ungewöhnlich. Wir starten nicht mit den Ländern, sondern mit den Artefakten. Wir spielen alle drei Petschaften. Ich lege jetzt eine nach oben als Beispiel. Die anderen lege ich mal hier so hin. Und zwar Orzhov-Signet, Dimir-Signet und Azorius. Azorius. Azorius-Signet. Azorius ist richtig. Das sind Artefakte, die jeder Commander-Spieler jetzt sagt, right, die werden in Legacy gespielt. Ja, Tesserator spielt solche Artefakte. Zwei-Mana-Artefakt, tappen für ein Mana, also ein Mana-Tappen. Und wir kriegen ein schwarz-weißes, ein blaues-schwarzes oder ein blaues-weißes. Je nachdem wie. Das ist cool. Das macht einfach Mana. Und das ist wichtig. In diesem Deck ist das wichtig. Dementsprechend spielen wir jedes einmal. Dann spielen wir dreimal Moxopal. Null-Mana-Artefakt, tappen für ein Mana-Blieger-Farbe. Aber können wir nur machen, wenn wir drei Artefakte kontrollieren. Auch hier sehr, sehr wichtig. Das sind Artefakte. Brauchen wir. Und als One-Off einen Schattensperr. Der Shadow-Spear, ein-Mana-Artefakt. Die ausgerüstete Kredo kriegt bis 1-1. Trampel, Rifling. Und für ein Mana verlieren alle gegnerischen Kreaturen und andere Permanente. Ex-Proof, Instructible und ja. Dann können wir die kaputt machen. Für zwei Mana-Equip. Sehr, sehr coole Karte. Das sind schon alle Artefakte, die wir haben. In einem Tesserator-Deck. Könnt ihr schon sehen, das Deck ist nicht so normal. Für die Leute, die ein bisschen Ahnung von Tesserator haben. Gehen wir mal weiter. Gehen wir weiter mit Mana. Und wenn wir Shadow-Spear drin haben, ist es natürlich auch logisch, dass wir auch Ursas Saga drin haben. Ursas Saga, Land, Verzauberung. Wenn es ins Spiel kommt, kriegt es eine Marke, also eine Saga-Marke. Und nach jedem Draw-Step, zu Beginn der Main-Step, kriegt es nochmal eine Saga-Marke. Wenn es die maximale Saga-Marke erreicht hat, wird es geopfert. Bei der ersten Saga-Marke kann man es tappen für ein Farbloses. Bei der zweiten Saga-Marke kann man es erstens tappen für ein Farbloses und zweitens tappen, um 0,0 Konstrukte zu erstellen, die plus 1, plus 1 für jedes andere Artefakt ist, das wir haben, das kontrolliert. Für jedes, nicht jedes andere, für jedes. Und bei dem dritten opfern wir das Ding durch unser Deck nach einer Karte, die genau ein Farbloses kostet oder 0 Farblose kostet und was ein Artefakt ist. Also Shadow-Spear und Moxopal. Ich glaube, ich habe keine anderen Karten drin. Ist auch nicht so wichtig. Es geht mehr um die Golems. Ich habe bei der Manon-Basis 4 Enchentums vergessen, deswegen schiebe ich die jetzt hier rein und schneide das so dazwischen. Und dann kommt wieder der Übergang mit den nicht so länderigen Ländern. Und dann ist das hier mittendrin. Ihr wisst, ich spiele noch 4 Enchentums da drin, damit wir auf 60 Karten kommen. Aber ansonsten habt ihr die Deckliste auch unten in der Videobeschreibung und unter dem Video auch verlinkt. Dann, Seed of the Senate, World of Whispers, Ancient Denen. Jeweils 4x, ich lege Ancient Denen mal als Beispiel hoch. Das sind Artefakt-Länder. Das sind Karten, die kommen endabend im Spiel, machen Mana für zum Beispiel Weiß, Blau oder Schwarz und sind Artefakte. Nachteil, sie sind Artefakte. Vorteil, sie sind Artefakte. Also wir können halt sowas wie mit Ursassaga da ziemlich große Konstrukte rausbekommen. Oder auch für Metalcrap, für den Moxopal super, super wichtig. Stirbt aber auch 2 Mana. Und dann haben wir noch 2 Länder, 1 Sumpf, 1 Insel. Das ist die komplette Mana-Basis. Sehr, sehr schnell erklärt. Ihr seht, keine Duels, keine Fetchers. Bisher sind Moxopale und Ursassaga die teuersten Karten im Deck. Und ich glaube, das bleibt auch so. Mit Abstand. Warum räume ich das jetzt ab? Gehen wir weiter. Planeswalker, beziehungsweise Non-Creature Spells, außer Artefakte. Haben wir den namensgebenden Tesserate Agent of Bolas. 4 Mana, 3 Marken. Planeswalker, Tesserate. Plus 1. Wir können die obersten 5 Karten unseres Decks anschauen. Können Artefakt davon vorzeigen und den auf die Hand nehmen. Und den Rest unter Stack in beliebiger Reihenfolge. In beliebiger Reihenfolge. Minus 1. Ein Artefakt wird zum 5-5er. Nicht bis Männis Huges. Wird zum 5-5er. Spannende Faktoren sind zum Beispiel, wenn ihr mit Ursassaga einen 0-0er kreiert, der Plus Plus kriegt und dann nochmal Plus 5, Plus 5 gebt. Ähnlich spannend ist, wenn ihr so ein Ortshof-Signet einfach sagt, hey, das kann jetzt für 5 zuhauen. Spannendes Teil. Nicol Bolas, spannendes Teil. Tesserate, spannendes Teil. Minus 4. Ein Spieler unserer Wahl verliert doppelt so viel Leben, wie wir Artefakte kontrollieren. Und wir kriegen doppelt so viel Leben, wie wir Artefakte kontrollieren. Starkes Teil habe ich mit Leuten schon mit getötet. Das ist der Planeswalker unserer Wahl. Dann spielen wir noch 2 Swords to Blowshares. Ich lege es mal hoch. Alibi-mäßig. Wenn ihr das nicht kennt auf meinem Channel, guckt euch die anderen Videos an. Das wird öfter genannt. Ein weißes Mana wie Exil in der Kreatur und der Beherrscher bekommt Lebenspunkte in Höhe der Stärke. Das ist gut. Das waren schon alle Nicht-Kreaturen-Zauber. Und jetzt kommen wir zu ein paar Kreaturen. Ich weiß nicht, wie gut man das sieht. Zu ein paar Kreaturen. Und zwar habe ich das ganze Warhammer Tesserator genannt. Warum? Wir spielen Warhammer Cup. Und zwar spielen wir 4 Mal den Skopag Lord. Skopag Lord, 3 Mana, 3, 2 Menace. Das heißt, er muss von 2 Kreaturen geblockt werden. Andere Artefakt-Kreaturen kriegen plus 1, plus 0 und auch Menace. Und das Ding hat Unnerved. Das heißt, wir können es für 3 Mal aus dem Friedhof wieder casten. Es wird dann nach Exil. Dieser Skopag Lord ist der absolute Wahnsinn. Es sind 3, 2 Menace, den ihr in den ersten Hunden rausrufen könnt, der euren Konstrukten Menace gibt und auch allen anderen Artefakt-Kreaturen Menace gibt und eine Riesenauswahl an nicht mehr so leicht zu blockenden Viechern generiert. Und das Ding ist der Shit. Und selbst wenn ihr das kontert, dann holt ihr es halt mit Unnerved zurück für den Final Push oder so. Das ist wahnsinnig dämlich und wahnsinnig cool, das Teil. Weil ich finde das Ding richtig, richtig witzig. Dann haben wir Arimax. Nee, Amix. Amix Flickery Trasher. Ich packe hier die Legacy Staples aus. 3x3, 2, Golem, legendäre Kreatur, Artefakt-Kreatur, auch wenn man es hier leider nicht sieht, Partner für die Commander-Spieler. Und wenn er angreift, können wir eine Handkarte abwerfen. Und wenn wir das tun, kriegen wir eine Kreatur mit 6x-6, wobei x die Artefakte ist, die wir kontrollieren. Plus die Artefakte in Sanfriedhof. Ist das dumm? Ist das dumm? Also den Turn 1 legen, danach jede Runde, wenn er angreift, eine Kreatur vernichten. Scoopack-Lord-Discarden, ihn mit Unearth wiederholen oder sowas. Oder einen Moxopal, den man nicht mehr braucht, oder so abwerfen dafür. Und eine Kreatur dafür removen. Alles an eurer Hand kann zum Removal werden. Wahnsinnig gute Karte. Auch hier, was zur Hölle? Dann, es geht weiter mit den Lanksy Staples. Ursa, Chief, Artificer. Ein schwarzes, ein blaues, ein weißes, drei farblose. 4-5, Affinität zu Artefakt-Kreaturen. Wie gesagt, wir haben eine Menge Artefakt-Kreaturen drin. Meistens kostet der 3 Mana 4-5. Artefakt-Kreaturen, die wir kontrollieren, haben Menace. Auch schon wieder Menace. Das heißt, wir haben wirklich viel Menace. Und zu Beginn jedes Endsteps kriegen wir so ein 0-0-Konstrukt. Was plus 1 zu 1 kriegt, für das Artefakt-Kreatur zu kontrollieren. Wenn der stickt, ist halt um. Ihr spielt den Endstools, kriegen wir so ein Ding. Nächste Runde haut das Ding zu, dann kriegen wir ein zweites Problem. Geil. Auch hier wieder Legacy Staples. Dann. Master des Etheriums. 3 Mana XX. Der kriegt Power in Wirtschaftskraft, gleich der Artefakt-Kreaturen, die wir kontrollieren. Und andere Artefakt-Kreaturen kriegen plus 1 bis 1. Und auch hier wieder ein kleiner Lord, um halt mehr Power an Bord zu haben. Um andere Sachen ein bisschen wegzudrücken und zu sagen, hey, ich hau dir jetzt ins Gesicht. Und er ist zusätzlich halt auch so eine Art Golem, der halt XX hat. Was wirklich, wirklich stark ist. Dann. So langsam fangen wir wirklich fast an mit Staples. Tide Hollow Scala. Ein schwarzes und weißes 2-2. Wenn er ins Spielfeld kommt, Reveal-Tier geht dann die Hand. Wir nehmen die Nicht-Klan-Karte von Exil in die. Und wenn er das Spielfeld verlässt, bringen wir die Karte wieder. Ihr wisst, das ist für mich ein Fan-Favorite. Ich mag die Karte. Ich finde die Karte wirklich cool. Dementsprechend spiele ich sie relativ häufig in Artefakt-Decks. Gerade, wenn sie schwarz-weiß sind. Aber ein richtiges Stable ist noch nicht. Anders als der Espar-Sentinel. Ein weißes Mana. 1-1. Und wenn er gegnern Spell castet, und zwar seinen ersten Nicht-Kreaturen-Zauber pro Runde, muss er ja X Mana bezahlen. Oder wird es eine Karte, wobei X seine Stärke ist. Kann halt mit so einem Scopeck-Lord oder mit so einem Master des Etheriums halt Turn 1 Deen, Turn 2 Scopeck-Lord. Kann halt ganz easy-peasy mal so ein richtig, richtig dickes Ding da hinlegen. Wirklich coole Karte. Dann haben wir Baleful Strix. 2 Mana, 1-1 fliegen, Death-Touch. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, ziehen wir eine Karte. Artefakt-Kreatur auch hier. Also wir haben, glaube ich, nur Artefakt-Kreaturen drin. Außer Ursa selber. Der ist keine Artefakt-Kreatur. Ansonsten haben wir nur Artefakt-Kreaturen drin. Auch hier Baleful Strix ersetzt sich selber. Ist der Wahnsinn. Und apropos selber ersetzen. Thought-Monitor, 7 Mana, 2-2. Affinität zu Artefakten fliegen. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, ziehen wir 2 Karten. Ganz oft für 1 Mana einfach 2 Karten ziehen. Aktuell eine sau-saustarke Karte aus Modern Horizons 2. Genau wie der Espa-Sentinel. Ja, das waren Kreaturen. Kreaturen spielen wir eine Menge. Wirklich eine Menge. Und das Deck haut halt auch einfach aggomäßig zu. Und das finde ich an diesem Deck richtig cool. Aber zum Deck-Talk kommen wir ja noch. Zum Deck-Talk kommen wir noch. Beruhig dich, beruhig dich. Kommen wir erstmal zum Sideboard. Kommen wir zum Sideboard. Beim Sideboard haben wir eine lustige Anzahl an komischen Karten. Angefangen mit einem Prismatic Ending. Prismatic Ending ist ein weißes und X. Wir exilen Non-Land Permanent mit Mana-Kosten von X. Wobei X ist nicht dieses X, was hier oben steht, sondern die Anzahl an farbigen Mana, die wir da reingepumpt haben. Das heißt, für ein weißes exilen wir was mit 1 oder 0, für ein blaues und weißes was für 2, 1 oder 0, für 3 Mana. Also wir können halt auch verschieden viele Mana machen. Das Maximum, was geht, ist 5, dann können wir es für 5 exilen. Was ist das Ding für ein Mana? Gute Karte. Als Removal, One-Off, als Back-Removal. Dann gegen eine Masse an den Gegnern. Black Engine. Naja. 3 Mana, 2-2, Death Touch. Wenn das Spielfeld kommt, suchen wir uns einen Kreaturen-Typ aus. Zum Beispiel Elfen, Goblins, Humans oder sowas. Und Kreaturen, die jeden Tag kontrolliert, kriegen minus 1, minus 1. Solange der am Feld liegt. Davon. Starke Karte, leider kein Artefakt. Dennoch gut. Dann. Ich habe jetzt gerade eben schon von der bösen Karte Meltdown geredet. Meltdown ist wirklich eine wirklich fiese Karte für uns. Dementsprechend spielen wir auch Tiferys Protection. Ein weißes 2 farblose, instant. Bis zum Änderungszuges kann unser Leben sich nicht verändern. Wir haben Schutz vor allem und alle unsere Karten phasen out. Danach exieren wir das Ding. Ist halt einfach wichtig, um halt unser Board zu behalten. Und 3 Mana. Herrgott, was sind schon 3 Mana? Nicht so viel. Nicht, 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 nicht so viel. Schützt uns halt davor und vor Kombo und so weiter. Dann, ebenfalls vor Kombo, habe ich ein Athos 1 Kanonist drin. 2 Mana, 2-2, Artefakt, Creature, Human, Cleric. Jeder Spieler darf nur ein Nicht-Artefakt-Zauber-Brunde spielen. Wir haben fast nur eine Fakt-Zauber-Brunde. Uns juckt das nicht, den Gegner schon. 2 Soulguide-Lanterns. Aus dem ganz einfachen Grund, dass es Freed of Sus ist, den wir raussuchen können. Und wir können sie halt erstmal gegen Uru ganz gut benutzen. Wir können sie auch jederzeit opfern, um Gegner schon Freed of Sus zu exilen. Oder in eine Karte zu ziehen. Wichtig ist halt da das Exilen von einer Karte, wenn wir raussuchen. Dann, Kombo ist unser Feind. 4 Vorsor, 5 Mana-Spell, Instant. Wir können eine Karte counter, die der Gegner spielt, also ein Spell. Und wir können eine blaue Karte abwerfen und ein Leben statt die Mana-Kosten bezahlen. So viele blaue Karten haben wir nicht drin. Das ist teilweise echt schwierig, da drauf zu kommen. Deshalb, 4 Stück im Sideboard. Ist manchmal knifflig. Und dann haben wir noch 3 Thorn of Amethysts. Thorn of Amethyst, Artifact, Non-Creature-Spells kosten einmal mehr zum Casten. Ja, wir haben fast nur Kreaturen drin, wie ihr gesehen habt. Und wenn wir in der ersten Runde so Ancient Tomb, Thorn of Amethyst spielen, ist das so, wie jetzt wenn wir in Talia erste Runde spielen. Und das ist schon für viele Decks wirklich ein Problem und fast ein Conceit wert. Wenn wir dann in der zweiten Runde so einen Scopec-Lord oder sowas spielen, dann wird es noch, noch viel, viel schlimmer für den Gegner. Und es ist cool. Ich mag es. Sehr, sehr rudimentäres Sideboard. Hier haben wir halt viel gegen Kombo, viel gegen irgendwelche komischen Kram, der uns da irgendwie nicht fair besiegen möchte. Ja, das ist nicht so cool. Sideboard ist nicht so viel. Gehen wir mal im Decktalk. Im Decktalk möchte ich auf ein paar Sachen eingehen. Erstens, ich liebe Tesserate. Tesserator, beziehungsweise Tesserate Agent of Bull, das ist einer meiner Lieblings Planeswalker immer gewesen. Damals schon wie heute. Und ich habe den damals mit Top of Swords gespielt. Was man hier übrigens auch drin spielen kann, so ein bisschen. Und wirklich, wirklich eine meiner Lieblingskarten. Ich finde die Karte wirklich cool und sehr großartig. Und damit zu gewinnen, macht so viel Spaß. Und die Karte macht so viel Spaß. Und ich finde es gut, dass er immer noch stark genug ist, um mitzuhalten. Was ja mit vielen anderen Planeswalker nicht mehr der Fall ist. Deshalb hier sehr, sehr cool, ähnliches Prinzip eben mit Baleful Strix. Immer noch ein Staple seit 1900, nicht ganz 1900, 2000X. Immer noch ein Staple und immer noch eine coole Karte. Und die beiden Kombinationen habe ich halt schon gespielt, als ich angefangen habe, Legacy zu spielen. Und die sind immer noch Playable. Und ich liebe es. Und ja, dann kommen die neuen Karten. Wir haben halt lustige Karten, wie Ursa, Chief Artificer aus dem Commander Deck von Brothers War. Gibt es, glaube ich, nicht in Non-Fall. Wenn es hier in Non-Fall gibt, schreibt mir das mal in die Kommentare. Aber ich habe den voll gekauft, weil ich habe nur voll gefunden. Aber Gott, ist der geil. Drei Mana, vier, fünf. Einfach nur zum Beaten geil. Legendary Creature. Er gibt Menace. Er macht Dudes, die dann auch Menace haben. Und geil. Ursa, Chief Artificer. Coole, coole Karte. Und meistens, wenn der zwei Runden liegt, konziden die Gegner. Das ist richtig stark. Und dann natürlich, boah, Hammer, Skopek Lord. Ich finde den Skopek Lord sowas von witzig. Sowas von cool. Einfach dieses Menace durchkommen. Plus eins, plus null. Weil ganz oft versucht man dann hinter einem Dev-Toucher sich zu verstecken. Oder zu Jump-Blocken hinter diesem Ursars, gegen diese Ursars-Saga-Token und so weiter. Und das kann man hier nicht. Man muss einfach dann mit zwei Kreaturen blocken und so weiter. Deswegen sehr, sehr starke Karte. Und ja, ich muss sagen, Warhammer bringt jetzt nach und nach immer stärkere Karten. Die ja seit Wochen und Monaten da sind. Und keiner hat sie gesehen. Dementsprechend spannend. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn ja, könnt ihr das Video gerne, gerne, gerne positiv bewerten. Also, einen Daumen nach oben geben. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.